Die Aktie des Hamburger Kupferproduzenten Aorubis AG ist gestern mächtig unter Druck geraten. Medien berichten sogar von einer Eskalation des Machtkampfes. Demnach würden Aufsichtsrat-Mitglieder bereits weit fortgeschrittene Gespräche führen mit drei Vorstandsmitgliedern, sodass die ihre Vorstandstätigkeit niederlegen. So gibt es auch Ermittlungen, weil eben auch ermittelt wird gegen kriminelle Aktivitäten gegen Aorubis AG. Demnach seien im Jahre 2023 massive Fehlbestände beim Rohstofflager aufgetreten, sodass ein Schaden von 169 Millionen Euro entstanden ist. Die Aktie hat reagiert. Ein Minus von 4,3 Prozent des Schlusskurs rund 63,55 Euro.